Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Down of Man, was ich etwas seltsam finde, denn hier gibt es ja auch Frauen. Aber gut, da sind Wildschweine. Das Kind hat mal wieder nichts zu tun. Hier gibt es die Holzform. So, die Geschwindigkeit erhöhen wir natürlich ein klein wenig. Und warum geht der Dude nichts essen, wenn der Hunger hat? Das ist ein bisschen seltsam. So, natürlich Screenshot für Stuntnail aufgenommen. Hm, da bin ich mal gespannt. Wie lange wird der Spaß jetzt hier noch dauern? Bis das Lager fertig ist. Ach, die sind schon am bauen. Das ist sehr gut. Ich brauche aber Steine. Ach du Heimatland. So, Lager ist fertig. Äh, der Totem fehlt noch. Ich hoffe nur, dass jetzt nicht gleich schon die ersten Fleischfresser ankommen. Ne, alles nur Ziegen. Äh, Holzspeer. Oh, du hast schon verbessert und das ist gut. Du auch. Dann. 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 Dann, 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 dann. Da unten sind Tiere, jaaaah. Ne, bei der Ecke war ich tatsächlich noch nicht, das ist aber gut. Denn dann ist das für mich auch eine kleine Herausforderung. Oh, immer das Wildschwein töten. Eventuell sogar die Wildschwein, ne. Nein, nein, nein. Und da ist es down. Was macht der? Gar nichts. Hä? Okay. Ach das, okay, das haben wir noch nicht. Ja, Stöcke. So, wir können ja mal ganz kurz gucken. Ähm, Wissensforschung. Noch drei Bewohner und wir kriegen wieder einen Punkt. Noch zwei Lagerfeuer gibt es einen Punkt. Noch zwei Lagerzelte und zwei normale Zelte. Ähm, Lagerfeuer bauen wir jetzt nicht. Lagerzelt müssten wir eigentlich noch nicht bauen. Also, einmal das und dann bauen wir hier drüben noch eins hin. Einfach nur, weil es schön aussieht. So. Und, dann können wir hier hinten den nächsten Pfahl aufbauen. So. So. Kurz die Geschwindigkeit wieder etwas erhöhen. Hm. Oh, da kommt zwei neue. Ach nein, das ist sogar der Händler. So. Dann zeig mal, was hast du anzubieten. Ähm, du kannst mir verkaufen Fisch. Ernsthaft. Das hat einen Wert von fünf und das jeweils einen Wert von zwei. Ähm, okay, dann machen wir noch das. Dann sind wir bei sieben. Ähm, so. Fertig. Da geht der Händler wieder. Ähm, gut, die Knochen gehen weg. Warum nehmt ihr hier das Essen nicht? Hallo? Geht das doch mein Lagern, ey. Ähm, genau. Wir brauchen noch einen Wissenspunkt. Die Frage ist nur, was spielen wir dann frei? Da haben wir den Wissenspunkt. Kompositwerkzeug zum Freischalten. Wir kriegen Steinsch... Axt und... Ach, das wird benötigt dafür. Hä, was kriegen wir dann als nächstes da frei? Na doch, das, das und das. So. Dann können wir gleich wieder auf die nächst bessere Stufe gehen. Dann das weg, das weg, das weg, das bleibt. Jetzt können wir schon mal ein bisschen besser farmen. Und... Oh, Outfit Alarm. Genau. Denn Herbst... Der Winter kommt ja auch bald. So. Ähm... Ja. Da ist er schon. Jetzt muss ich halt ernsthaft gucken. Hier ist ein Stein vorkommen. Dort und dort. Ähm... Steine. So. Ähm... Das machen immer... Zwei. Das machen zwei. Und das hier müssten zwei machen. Genau. So. 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 Jetzt können wir mal ganz kurz gucken, was wir noch benötigen. Die zwei Zelte brauchen wir noch. Noch zwei Lagerzelte. Zwei Lagerfeuer. Vier Totems noch. Ja. Da möchten wir unsere Base vorher ein bisschen... aufbauen. Ja, das war gerade meine Ex, die hier reingekommen ist, aber gut. Lager, wie sieht es in dem aus, ich weiß, dass die nicht allzu viel Platz haben, machen wir nochmal zwei davon hin, ja, das sind halt noch die zwei Zelte, die gebaut werden müssen. Ähm, na dann mach doch endlich mal die Hacken. Also, warte mal, einen Fisch-Shiny haben wir doch, dann machen wir die weg. Okay, die fängt Fische und die fängt Fische, genau. Ja, ich weiß, dass wir das nicht haben. Ähm, ja, der macht das erste Werkzeug. Dann können wir hier unten nämlich anfangen, alles abzuholzen und hier die nächsten Bauwerke bauen. Ähm, wir könnten uns auch einfach mal so hier rumdrehen. Das ist sogar ein bisschen angenehmer, muss ich sagen. so. Ja, dann baut mal schön. So. Du hast Hunger. Ja. Dann muss er sich was zu essen holen. Was ist das? Oh, ich glaub wir kriegen äh neue Mitbewohner. Ja, zwei neue Menschen sind der Siedlung beigetreten. Sehr schön. Und hier fängt's an zu schneiden. Ja gut, warum nicht? So, das war's aber mit der Folge Down of Man. Ich hoffe es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, lasst Kommentare da. Und ich hoffe wir sehen uns zur nächsten Folge und bis dahin bleibt entspannt. Genießt den Tag und bye bye.